Im Fall! Dabei suche ich eigentlich schon mal ein Auto. Wird gefightet? Ja. Ui! Da komm ich mit 180 km auf! Das war leider nicht so gelöst! Ich weiß nicht, bist du bei TikTok live? Ne, auf YouTube. Ui! Ui! Ich fall mit dir kurz. Abonniere dich. Ich hau. Weil ich hab neues Handy, weißt du? Start. Nein. So. Ich bin rei! Hat ihr mit MP-Modi für mich? Da habt ihr schon... Sogar die Glocke aktiviert. Sehr schön. Sidney ist da! Wie ey, ich nehm das andere Auto. Okay. Sidney! Ey, ihr habt mich ver... Ey, ihr habt... Ich bin gerade entgegen. Das ist ja lustig. Bist du direkt umgestiegen oder was? Bist du direkt umgestiegen oder was? Bist du direkt umgestiegen? Heißt ja nicht. Das höre ich. Das geht. Warte! Das ist ein AB! Das ist ein Gegner! Das ist ein Gegner! Sidney! Ich verlass kurz Kruppel, wenn wir jetzt wieder rein. Mach das? Eigentlich ist der Cybertruck Pate los. Ja. Ist auch. Wenn kannst du denn kippen, wenn ich heiße flirr. Ich bin mir ja der Auto ja eigentlich auch scheißegal. Und zwar den hier, wo ich gerade umgefahren habe. Aber mein Auto bleibt immer noch der hier. Alter! Das passt. Das passt zu dir. Das passt. Bin ich verliebt, maximal. Ich nehme das James Bond Auto. Das ist ein bisschen... Sag mal, gibt es eigentlich einen Aston Martin? Also würde ich mir das fortkaufen, den Aston Martin. Gibt es sogar einen BMW mittlerweile. Hä? Also wir reden gerade von geilen Autos und du erzählst mir, es gibt sogar einen BMW. Der BMW ist aber nicht gut. Der ist ja so ein normales Auto und ist kein besonderes... Oh mein Gott, Amy, du bist so... Das wollte ich jetzt nicht! Was hast du gemacht? Den Bot angegriffen? Bot angegriffen? Ja, der angefahren. Keiner ist so rich, wie Sven. Was? Was? Ey, weil Gulu, du wolltest dich immer anders melden. Hast du das vergessen? Alter! Ey, kannst du überhaupt fahren? Weit Gulu. Hast du dein Führer? Keiner ist so rich, wie Sven. Nein, du wolltest dich doch anders melden. Weiß noch? Natürlich kann ich nicht sagen. Wie bitte? Zwei, tut mir leidig, dass du sagst, du bist scheiß. Ah! Wie bitte? Du bist du? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ey, mach mal bitte mein Auto in deines. Ich verstehe dich nicht. Du bist jetzt ernst auf der bestes Prima, was ich kenne, ne? Ja, danke. Schreib mal kurz, was ich kenne, ne? Schreib mal kurz, was ich kenne, ne? Warum? Ist mein Auto so cool? Ja. Was? Ist mein Auto so cool? Ja. Was? Ist mein Auto so cool? Was? Oh, ich möchte den Galaxy-Paket nicht. Ich will's zurückgeben. Was, Volga? Weißt du, willst du zurückgeben? Kannst du was sagen? Ich kann's nicht zurückgeben. Oh, King Paulus ist hier. Ah, ich hab King Paulus geblödert. Oh mein Gott. Ich bin zum Ofen. Ich könnte gerne mal auschecken. Kapi-Mü ist 90. Wir brauchen Support, Leute. Ich löscht mein Kitas-Tribe. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Ding, ich will Galaxy-Paket zurückgeben. Alter, Prinzessin, hey, hast du weiter zu 50? Das ist weil ich hab 50 KW war. Meine Sprache sind immer noch flicken der. Mit der Scheiße. Ich kann fahren. Ich hab auf den letzten Short geschrieben. Aber das ist mittlerweile ja zu meiner Karriere. Und dann mit einer war zwei unterwegs. Ich und noch der andere Pulli. Das war nicht auf den Short geschrieben. Wir gehen weiter. Ach, ja. Was meinst du jetzt? Egal, egal. Du bist stolz mit der Verlosung? Dann hast du auch was gewonnen, wenn du deinen richtigen Namen reingestimmst. Hast du auch was gewonnen? Hast du auch was gewonnen? Ja, wie heißt du denn? Ja, wie heißt du denn? Ja, mir richtige Epic Games Namen. Wie heißt du denn da? Ach, nein. Sag doch, wie du reingestimmst. Sag doch mal deinen Namen, Junge. Ist doch egal. Nein, wir wissen, ob ich dir was geschenkt habe. Ich hab ne Liste, wo draufsteht. Ich hab 40 Leuten was geschenkt. Ich hab denen in der Liste stehen. Sag mir den Namen und dann kann ich sie sagen. Okay, ich möchte nix. Ist egal. Also hast du doch nicht reingeschrieben, wenn du das sagst. Ich will einfach reingeschrieben, aber egal. Sag mir doch mal den Namen, Junge. White Gulu. Warte ich gucke. Weil ich hab ein paar Leuten reingeschrieben, die haben den falschen Namen eingegeben und dann konnte ich dir nix schicken. Also White Gulu habe ich hier nicht auf meiner Liste stehen. Das heißt, du hast entweder das nicht reingeschrieben in das verloren Short oder den falschen Namen reingeschrieben. Eins von beiden. Schreib nochmal deinen Namen in das Video rein. In das Short mit der Verlosung. Da musst du deinen Epic Namen reinfragen. Geht das jetzt auch noch? Ja, die, ja ich hab noch ein paar Sachen, kann ich noch ver- noch ab 2000 gemacht. Hm. Ist das denn jeder was gewonnen, der da reingeschrieben hat? Außer die Leute, die den falschen Namen reingeschrieben haben. Die auf Insel. Äh, ich hab bis jetzt nicht gewonnen, ne? Der muss meinen Namen. Weiß doch. Das heißt, ich muss nur, ich muss nur Philly, muss jetzt in die Kommentare schreiben. Das ist in der Insel, Dr. Doom Insel. Du musst mit mir ge- äh, äh, mit mir befreundet sein und musst deinen Namen reingeschrieben haben. Seinen Epic Namen. Ja, mein Epic Name ist Philly-Bus. Schreib rein. Okay, warte kurz. Nimm mal diese scheiß Internet hier bei mir. Bambus, 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 Bambus. Du würdest mir auch jetzt den nächsten Kronensieg, glaub ich, weil die Krone hab ich nämlich immer noch. Hallo. Oh. Noch sind wir ja gar nicht... Ja, cool. Noch sind sieben Teams, ne? Und die haben auch Medaillons. Die kommen jetzt auch grad auf die Insel. Naa. Dann lass die auf der Insel. Ich loot hier in Ruhe. Ja komm gleich, Bia, kommst du hoch? Ja, ja. Wir müssen die abfangen, wenn die kommen. Ich komme ab. Deswegen lass mich mal hier erstmal looten ein bisschen. Ich schreck mich nicht los. Ich schreck mich nicht los. Sie kommen, sie kommen. So. Er geht, er geht, er geht, der eine geht. Der hat keinen Bock auf uns. Der andere ist irgendwie unter uns. Ja, Verlosung. Kommt noch einer. Noch einer. Der eine ist tot, der eine ist tot. Der andere ist tot. Oh, Herr Krone. Braucht ihr meine Krone? So. Happy Halloween. Ist sie auch runter? Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. So, haben wir doch gut erledigt, Leute hier. Ich denke auch hier, die können einfach... Oh, jetzt kommen wieder welche. Komm wieder welche. Ah, da, da, da. Er ist auf Jumping. Er ist auf Jumping. Ich verfolge ihn. Nein. Ich bin da nicht umgesprungen. Nein. Hab ich jetzt gemacht, Sven. Ja, okay. Nee. Ist das doch doch du? Hier fliegt mir jemand mit dem Gleiter rum, wie bei mir. Ist da jemand bei dir auf der Insel? Na, er geht wieder runter. Aber Sven? Ja. Oh, da ist jemand mit dem Gleiter. Warte kurz. Aber du brauchst doch nur den Epic-Namen, um Freundschaftsanfrage zu schicken, oder? Was? Freundschaftsanfrage? Ich sollte mir Freundschaftsanfragen schicken, wenn... Ja. Na, wenn du doch kein, äh... Nein, ich muss ja demjenigen was, was schenken, aber wenn der einen anderen Namen da reinschreibt, dann find ich den ja gar nicht. Warum haust du den mal von mir ab? Aber du weißt ja meinen Namen. Der Typ, der haut von mir ab. Ich merk mir doch nicht alle Namen von euch, Leute. Schreibt doch einfach den Namen rein, mit dem ich mit euch befreundet bin. Ja, hab ich ja. Ganz einfach. Und dann könnt ihr auch... Ey, die Typen hauen sogar von mir ab. Ja. Ich verfolge hier welche ein. Der weiß gar nicht, wo ich bin. Oh, er ist white, er ist white. Finus, da kommt einer zu dir. Der ist komplett white. Was? Einer kommt zu dir. Ja. Ist der im Bunker gegangen? Hast du ihn? Nee, der fliegt weg. Ja, den holen wir uns. Ich fliege ihn wieder her. Ich komm, ich komm. Markier den, wo der hingeht. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ja, der war ja auch ziemlich low. Zeig. War ja ein geschenkter kill für dich. Bitteschön. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ich komm. Sven, hab ausgeregt in die Gruppe. Ich bin auch mit eine Weile da. Was hast du? Ich hab ausgeregt in die Gruppe verlassen. Ich hab die Gruppe verlassen. Was hast du? Was hast du ausgeregt? Die Gruppe verlassen hast du. Ja. Boah, ist so gut der Gute. ich habe den sturm im nacken ach cool oder uncool jetzt bin ich mal dr du hier rechts von mir dr du was das für geräusche naja, praktisch auch ne ne hallo das reicht nein, ich seh, ich hab ihn gesehen der ist er grad rutsch mit ihm der ist er grad rutsch mit ihm der ist er grad rutsch mit ihm oh, hinter mir ist einer er kommt auf dieser Seite sicher raus weil der war einer nicht gerade äh, wo ist der hin die Fußschritte ich hab ihn der ist hier oben auf der Insel hier alter alter, der macht mich ganz schön low hier wo sind die jetzt noch? ich bin im Notfall der macht mich gerade echt down ah, ich hab ihn oh, ich hab ihn ohne geschossen wo ist er er ist über mir da ist er im Wasser, im Wasser nicht Amy ah, doch benutzt mal ok, alles gut ja, böse er warst du tot? ok du doch alter, pickaxe morgen komm ich auch live hat jemand blue live? blue? jo ah, ich hab welches gefunden ah, ich hab welches gefunden what the fuck? what the fuck? der Riesenbrenz der Riesenbrenz? ja, der ist im Haus ist er schon der heftig Gegner ist er schon der heftig Gegner ist er schon der heftig Gegner? oh, ich wollte ihn gerade mit Doom töten ich wollte gerade mit Doom töten so, jetzt muss ich erstmal gucken wieviel Leute wir sind jetzt muss ich mal komplett durchtauschen ich bin auf jeden Fall jetzt raus oh, zwölf Kills war eigentlich ein guter Punkt und es wird